Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen League-Office mit ab und zuvor mit dabei ist der Nemesis Guten Tag Der Link Servus Und der Patti Hi Hi Und die Rhea Guten Tag Aber warum ist Vayne Diamant 4 und hat nur 200 Wins? Weil das reicht um Diamant zu werden Das Naja natürlich Ab Diamant höher ist es schwerer Weil wenn du Diamant bist, dann kriegst du pro Win Wenn du Glück hast 9 LP Und verlierst 40 Ist einfach so Ja die guten alten Diamond 1 Zeiten Und wo die Leute die 50 Punkte hatten Fünfmal so gut waren wie die Leute die 3 Punkten hatten Ja das ist fast besser Ja dann sind sie auf 90 Punkte gegangen Haben wieder 40 verloren Ja Pech gehabt Ach Gott Irgendwie werde ich schon hinkriegen Was startet ich denn gegen den Fizz Ganz normal Flask Ja hätte ich jetzt auch gemacht Corruption Genau Flask einfach besser ist Und spielte mit Level 6 Wurde ich ihn eh auseinander nehmen Okay ich hab noch nie mich Ich hab noch nie Kassadin gegen Fizz gespielt Aber ich hab Fizz gegen Kassadin gespielt Also nicht zufällig irgendwer mit einem Redbox worden Da hab ich jedesmal Kassadin auseinander Ja genau Weil der Kassadin auch scheiß war jedesmal Weiß nicht ob du gut bist Flora Ich hab ihn so lange nicht gespielt Ich war mal gut mit ihm aber Ist egal Wird schon Die 3 Male in 3 Monaten wo ich ihn gespielt hab Stand ich immer 12-0 Leute kann die Botline eventuell gleich mal Nein Ein Redbox worden Dankeschön Bitte Meinst du wie die geklaut aus? Ich hab ein Shaco im Counterjungle Ja ich geh davon aus Shaco im Counterjungle? Okay der ist ja schon da Alter mach es einfach Egal lass uns rumballern Ne Leon hat wahrscheinlich Q geskillt Also ich weiß es Der wird zweifel ordentlich cool In den besten Absichten Link danke recht Hey der bringt doch keinen Bock auf mich Okay What? Okay Fiss hat Flasht raus What? Der hat einfach auf Dulane geflasht Ähm Der Bump Ich glaub auch Ja war klar Wollten rausfinden ob sie euch Q geskillt hat Ich glaub der Fiss ist Korn Komisch Uh Ready to braa Lecky Leck leck Was ist nochmal der Buff den man vom Corruption Potion fickt? Weiß ich nicht Du machst Magic Damage Noch zusätzlich bei deinen Angriffen hat Mit 16 Magic Damage mehr für 3 Sekunden Weiß Oh fuck Ich hab keine W Geht drauf Oh 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 Abse! Nein! Der Tumble! Ich muss wieder zu, dass wir Diamond sind. Juff uns nicht! Joa, easy. Da kann man wahrscheinlich wegkommen, wie sie trotzdem noch umbringen. Der wird wieder erwarten. Ah, nein. Schau, ist auch der schlechteste von denen gewesen, glaube ich. Ich glaube, der wollte zu deinem Blue-Buff danach gehen, wenn... Ja, natürlich, das ist immer so. Der fängt direkt beim Red-Buff an und dann geht er zum Blue-Buff im Gegenteil. Ja, der war aber weg. Hammer it. Ich geh back. Ich hab Schoko gefunden. Ja, weil der Leona kommt gleich. Ich hab aber grad bei mir oben. Ich geh etwa 1.000 Euro Gold weg, alles andere ja blitze mich. Vielleicht nicht, ich nehme schon mal zweites, dann krieg ich direkt mehr Gold. Gut. Wir tun dich jetzt ein bisschen... Lass sie ja bitte nicht eh hin. Bitte. Ich hab sie grad schon hoch. Okay, gut. Tower there. Ja, die knallt was. Ich hab grad zu dir hochkommen, dachte ich mir, aber du kommst schon klar. Nein. Ja, nicht gegen... mit dem Leben nicht. Ja, doch, da heute passiert. Könntest du einfach... Oh, nice. Jetzt sind's auf jeden Fall. Ja, gut. Auf jeden Fall. Kommt er weg. Oder? Ja. Hast du noch Stun? Ja, gut. Gut. Good Job. Hurra. Hurra. Kannst du die Mitte gerade noch füllen? Klar. Das ist nicht für logische Kriegsführung. Pass auf, dass Boom Girl im Gesicht ist. Die wartet, dass du das eh auf mich machen kannst, weißt du? Ah. Ich gucke auf was. Dein Worte da halt nicht. Ja, renn doch mal da rein, das ist eine gute Idee. Ich bin mit dem vorderen Menü. Denk ich komm top. Ja. Oh! Disconnected-Soptie. Der war drauf? Gibt's nicht. Pass auf. Mir ein bisschen, ich bin noch nicht klar. Stun aus dem Busch ist eh geklappt. Wie ist die denn? Ah. Denkst du den noch? Ich bin gerade zu langsam hinterher zu kommen. Ich hab weder Mana noch Leben. Was? Easy. Also, ich wüsste an deiner Stelle nicht auf der Spinnform weg. Haha. Sie will eh hin. Ich wusste nicht genau, ob ich den noch kriege, darum... Ja, du hast aber generell eher den Finisher Damage in der Spinnform. Ja, schieß mal ruhig auf mich. Geht's ja so schnell. Boah. Ich kann überhaupt nicht. Nicht wenn ich da alles auf cooldown hab, das war das Problem. Rapper! Zu weit weg, zu weit weg. Ich kann, während er da ist, einfach nicht farmen. Okay. Okay. Habe ich gerade gesagt, ich kann... Na, what? Habe ich nicht gehört. Was hast du denn gemacht? War schon weg. Ich hab's gesagt, es hat einfach... Ja, ich hab den es nicht gehört. Ja, ist ja alles gut. Klar kommst du noch auf mich dran, natürlich! Und der scheiß Zögerwolf. Ja, aber es ist jetzt... Leon hat den Kill bekommen, ist gut. Gut. Boah. Ich bin tot. Oder... Kleiner Knab wird vom großen Randl zerfickt. Warum bleibst du auch da? Mhm. Weil ich gerade, weil du Full-Live hatte, nachdem ich Mega-Nab war. Weil es Link ist. Ne, ich war Full-Live. Jetzt nicht mehr. Ich hab's einfach so gesagt. Ist der ein Idiot oder so? Oh, der Flayz. Der Flayz. Der Flayz. 4 Days. Warte, gib mal kurz. Warte, 2 Minuten. Awww. Achso. Warte. Schau mal einen Pink Ward auf. Warte. Ich sag gleich was echt... Ich hab keine Worte zum Jumpen. Ich hab den Blubrod brau... Mh, den Blubrod brau, w-w-w-w-w-w-w-w-wraust, oder? Ja, wäre praktisch. Lief noch bis zu hochdamage machen. Kriegst du. Dacu is here. Boah, wie geh, ey. Kriegst du, kriegst du. Kann ich's machen gegen ihn? Gedanke. Wo wir so anstrengen wollen, dann kann man auch noch ein Schlag gegen was. Kommt du gleich jetzt dann raus. Mama, tell him you know. Passt auf. Fuck my body. Nein, geht die da runter. Wow, sie hat so verkackt. Was ist er überhaupt da? Oder war Shaco hier? Ja, Shaco war auch immer uns gestorben. Warte mal, sie hat wieder Heal. Oder? Ja, das ist schon schau. Geht weg ihr Kackspin, meine Güte. Fist ist sie. Ja, sorry. Wohle gerade noch Faschen, boah? Ja, praktisch. Sollte jemand beim Botlane kommen, aber wir werden gedeiht. Ich kann meinen ADC nicht beschützen, weil ich kein Ult habe. Schau mal. Ich bin in der Top Jungle, das ist ein bisschen ätzend grad. Nee, ich... boah. Ich bin auf dem Weg nach unten. Wir können da gleich fighten. Ich bin da. Ich bin da. Der Fist ist... auf jeden Fall... nicht. Oh, lol. Nice. Nessi noch. Und... Sister. Stopp, rein einfach. Ich krieg mal wieder keinen Kill in die Arsch. Link, ich komm zu hier. Ich hab hier auch einen Kill. Oh, ja. Ja. 5-1, Kassadin. Ist auch gut. Was ich immer lustig fand, war die Sinnohle. Wenn ich irgendeinen Jungle gespielt habe, ich stehe dann immer 6-0 irgendwie. Irgendwie. Oh mein Gott, du warst grad noch rechtzeitig da. Das ist mir jetzt gut gewesen. Und sie macht noch einen Kill. Ja, scheiß auf den Jaco. Passiert nicht. Nein! Ich hab meine Kill nicht mehr rausgekriegt. Nein! Ich hab meine Kill nicht mehr rausgekriegt. Hm. Ah, nee, es geht weiter vor. Geh'n Stück zurück, Geh'n Stück zurück, Trottel. Geh'n Stück zurück, Trottel. Oh nein! Ich hab meine Kill nicht mehr rausbekommen. Es war so bad. Es war einfach so bad. Es war einfach so scheiße bad. Ah, ich geh mit. Warte. Okay. Okay, ich bin fertig. War unlucky. Okay, er hat seine Ehe raus. Ist gut. Nein, Nemesis. Oh. Nice. Haltbar. Kommst du danach wieder bot? Ja. Ich habe nur die Besten. Ich geb dir noch... Du musst dran denken, den Pro schon vorher eins zu setzen, damit die den Damage-Buff kriegen. Alex, ich komme, Alex, ich komme, Alex, ich komme. Ich komme zu langsam. Ja, im... Ja, im... Ja, im... Ja, im... Nein! Versorg' da unten alleine, ne? Ich werde jetzt auch gleich in den Bus springen können, jetzt ja nicht dann. So gut spielt der Journal nicht. Irgendwie. Aber du kriegst sie. Ich helfe kurz zu unserem Jungle. Ich warte ja nicht wirklich fürs Machen gerade. Lauf andersrum. Oh, oh, oh. Oh. Tadjuk. Er muss seine Seite stellen. Oh, Chaco, nein. Jetzt bringen sie ja die Un-Minutes, das Kriege. Ja. Mach keinen Schaden. Hey! Halt die Taste! Lebst du noch? Alles ist gut. Warte mal, ich mach zwei Minions, okay? Ja. Mach dich. Mach den großen. Lass dir das, wenn ich meine Ehe versehentlich auf den Gegner mache und nicht auf mich. Oh, ich hab noch einen. Ja. Willst du gerade da bleiben zum Powerpusschen? Ich hab Ulti. Okay. Ich auch. Ich nicht. Ich schon. Ich liebe das, ey. Das merkt man. Das war einfach cool. Boah, ich dachte er wollte auf dich engagen, auf den Level 9 Kassel ziehen. Der hat mich verreden. Ja. Er hat kassiert. Nein! Nein! Ging die andere schon umgebracht? Ja, ich hab gesagt, Leona macht Kills. Jo. Kass Leona. Macht ja nicht allein. War früher immer witzig, Alter. Auch anfangen, wenn du siehst. Konntest einfach mit Leona ein Iceman Gauntlet kaufen und hast einfach die Botlane 1 und 2. War immer schön. Könnten mal Dragon machen. Wird gerade ein bisschen gelder. Ich warte mal hier, ne? Äh, da war ein Pissler vertaufend. Ich schlafe hoch. Ja, ja. Bin da. Ich bin so ein Jungle. Aber mal. Ich hab da ein Künstler. Ich bin so ein Künstler. Warum auch immer du jetzt reingehst, wenn du weißt, dass der Piss kommt. Ja, jetzt kommt der wirklich hoch. Weil der gerade nicht wirklich hoch kam. Geh da hinten runter. Ne. Hätte nicht wirklich was gebracht. Ich hab keinen Flash oder so. Link, das war ich, ich, ich. Ich hätte dich ja einfach sterben lassen sollen. Bist du seine Puppe? Er hat keinen Buff gehabt. Wenn jemand sagt, dass irgendwer hoch und dann auch wenn es so aussieht, als würde der nicht kommen, dann gehst du nicht full engage in die Minions auf den Gegner. Weiß. Aber es juckt mich einen Scheiß weil ich geknallt habe. War das ne scheiß Pink-Botek? Muss ich nicht sein. Hätt dich einfach sterben lassen sollen. Beim nächsten Mal lass ich dich einfach sterben. Ja, die waren mega sinnlos, dass ich jetzt auch noch verreckt bin. Ich bin einfach immer zu gutherzig in diesem Spiel. Oh, ist super. Ich hab keine Dichte. Oh, Schakor auch noch. Ja! Entschuldigung, jetzt renn weg. Renn weg von Chaco. Kommt besser und dann bist du tot. Fuck. Hätte ich mich, glaub ich, umgedreht, hätte er mich, glaub ich, nicht gezogen. Ja, vielleicht. Also, Wayne und Chaco sind beide Champions. Ah ne, er skilzt seine E hoch, nicht mehr. Warte mal, wieviel Damage. Er hat mir 300 Schaden mit seiner E gemacht, ja. Okay. Kann man machen. Oh, wie geht's? Ähm. Oh, ich jetzt ein Hitze. Ich hab 7 Assists, irgendwie ist das scheiße. Mehr kills, wenn besser. Mhm. Ich hab 8 Kills. 5. Der Fiss hat 7 Deaths. Wie kommt das bloß? Ich hab 3 Kills. Ja, ich hab 3 Kills. Ja, ich hab 3 Kills. Und... 13. Ah, klar. Draco ist nicht da. Ich komm trotzdem nicht. Ich muss trotzdem weglaufen, bevor ihm werden, dass er eine Ulti anhat. Ich bin Helm. Ich bin Helm. Der geht halt immer voll heim. Juckt ihn halt nicht. Der beste Trundle-Skin. Wir könnten mal Dragon machen. Wär auch mal eine Idee. Na komm, dann machen wir das. Was wenn eine Waffe... Ich stelle ein Wort in den Busch. Ich stelle ein Wort in den Busch. Wie die Waffe schießt. Okay, nevermind. Ich bin tot. Ich muss den Leona umhauen. Die Haufen, die hält mich aber dauernd raus. Lauf jetzt. Zu spät. Oh, scheiße. Die Fick laufen voll in den Silverbolt. Oh, das ist das. Killt einfach die Wain und dann hau ab. Irgendwohin. Hilf mir! Da ist keiner, der dir helfen kann. Nemesis! Komm zu mir! Komm her! Er kriegt mich nicht! Lauf schneller! Huch! Sorry. Ich bin zu den Minion! Ich bin zu den Thema. Will aber auch nicht mehr so mega full life. Bin da, das passt schon. Oh lolololololol.. Er kriegt die Ulti ab, der nicht still full life ist. Ja weil ich ausgeglichen bin. Und ich genauso. Boah wie kann man es! Aber irgendwie nicht... Jetzt hätte ein Double-Kill für ihn sein müssen normalerweise. Wie ist das, ey? Das sah gerade irgendwie straighter aus. Und... Stuhl wegkicken. Zack. Das find ich so geil an dem. Einfach Stuhl weg. Klar, das Ding ist... Meine Steer ist gut am... Meine Steer ist gut am decken. Meine Steer ist gut am decken. Und mein Road of Ages ist genauso. Dementsprechend werde ich jetzt eigentlich nur noch stärker. Gott, und Link kriegt oben so mega auf die Gefresse. Das ist echt unschön. Wir müssen jetzt wieder auf den Weg, Link. Obwohl ich halt mehrmals schon so war. Die gehen Richtung Dragon, komm her, jetzt komm. Link, verpiss dich. Meine Güte. Link, du spielst gerne mit Feuer, oder? Ja, er lebt jedes Mal ab Limit und wundert sich, was schief geht. Warte, warte, warte. Hallo, Pils. Ohhhhhhh. 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 Die Ionen haben mich immer versucht zu stunnen, ey. Und mich auch kriegen. Guten Tag, Chris. Alter. Holy shit. Da kommt zwei low. Ich will nicht ganz low, aber... Ja, was soll ich machen? Rauchen. Ich bin auf dem Weg. Okay. Jetzt bin ich. Ohhhh. 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 Bremmer rum. Bremmer rum. Bring her rein. Oh, der Flash. Wow. Wow. Nice. Die Vayne wollte einfach zu viel. Ja. Beim Vayne ist ganz einfach. Nicht wegrennen, dann machst du dich fertig. Einfach drauf schießen. Ja, ich weiß. Weil wenn du wegrennst, schlippst du eh. Helpp. Gott. Ich muss die ganze Zeit hier... Hin und her. Der Medic. Ich renne nach oben, renne nach unten. Komm doch mal rum. Spielst du auch in der Mitte. VfL gibt es jemanden zu maßen? Nee. Ah, hier ist ein Wapper. Ja, man kann für sich selber sorgen, gell? Ja. Oh. Link. Hilfe. 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 Nein, ich kann hier nicht töten. Keine Chance. Hilfe. Ach so, ich bin... Alles ist gut. Okay. Easy. Okay. Rest buff. Leben am Limit, aber ich bin noch am Leben. Alles easy. Ich glaub ich mach jetzt mal... Ich geh jetzt toplan. Ich geh nicht toplan. Ich mach das nicht. Ja, 450... Gott, schon wieder vier Tags. Hier ist Tags. Ja, wir wissen, dass du oft weinst. Man könnte jetzt... Das Geist ist... Ich könnte in Shaco 101. Ich auch. Ich auch. Ja, du kannst alles winnen. Ich kann in Shaco 101. Die machen Drang, oder haben zumindest ein Ward aufgestellt? Ja, ich glaub das bleibt aber auch beim Ward. Der Shaco ist oben. Eigentlich schon 20 Minuten, wir müssen eigentlich schon... Links bellen. Ja, dann machen. Ja, dann machen, ja. Oh, ich hasse euch. Irgendwie erinnert mich die Situation an irgendwas. Was? Komm mal her. Ich hätte sie schon wieder bekommen. Ich hätte sie fast wieder bekommen, ja. Aber Rhea kommt ja nicht. Die wartet einfach. Ja, weil ich wissen, wer die hier langkommt. Ja. Ja. Also die Wayne eine kann mich nicht fighten. Das ist keine Chance. Ihr hälft seid der aller Kills aus unserem Team. Ja und? Ich hab die andere Hälfte. Ich hab... Die Hälfte der Assists aus unserem Team. Ich bin der wahre Supporter. Ich hab Spinnen. Jetzt wissen wir, wer der wahre Supporter ist. Ich hab mehr Spinnen als ihr alle. Als Roaming, wer roamed denn da? Ich? Ich hab zur Zeit. Äh, ich hab zur Zeit. Ne, du musst. Ich hab dir mal help gecallt. Ich bleib verrückt. Oh, jetzt kommt der Jugger und wird Dragon. Nice. Ey. Mein Drundle ist übrigens... Oh, sorry. Weißt du, was der Unterschied ist? Der Jugger kommt nicht nur und will Dragon machen. Der Jugger kommt und macht Dragon. Boah, selten. Ist der ein Bruder? Jetzt komm her, Fizz, du Pussy. Hitting Game. Ja, ich auch. Ja, dann gut. Okay, ich bin tot. Fizz wollte Supporter rechnen. Daco und Fizz wollten das Supporter tun. Okay. Aber die Fizz holt ihr auch, oder? Aber ich muss zugeben, dass... Oh Gott, ich lebe noch. Irgendwie, Leona konnte ich jetzt irgendwie nix mehr machen. Ich bin ja... Ich bin ja... Ich muss den Assisten rumbringen. Ich muss den Assisten rumbringen. Wow. Ist das falsch? Ich mach meinen Doppelkreis auf mein Tor ein. Oh, Jungle no Teleport. Flo? Flo, kannst du's mir erklären? Wie kann ich bitte keinen Assisten haben, wenn ich meine Ulti-Videos habe? Ich weiß es nicht. Du kannst sogar meine Ulti auf CD... Warum? Ich hab das nicht. Ja, das ist einfach... Das ist... Das ist kass. Ich weiß es nicht. Jump wie... Jump wie ein Idiot, Alter. Und mach trotzdem... Will ich unseren Blue? Nein. Ich will den. Du bist der Supporter. Der ist eh nicht da, also... Warte, mach zwei Mal, mach zwei Mal, mach zwei Mal, mach zwei Mal. Jawoll. Oh, da kommt noch einer. Warte, ich komm. Der kriegt auch's Mauchen. Gut, dass sie auch ein Perma zieht zu dir, Alter. Ja. Ja. So macht man das. Ja. Vom Jungle. Ja. Ich dachte, ich wollte auch einen haben, aber alles gut. Partner-Look. Ja. Weil gleich wenig Leben und äh... Der will dich noch. Wirkt ja mal nicht. Ich auch nicht. Warte. Die Leona. Ah, die Film auch noch. Ja, mach den mal. Ich bin mal flashy am Jungle, ne? Ich hab gesagt, die Leona. Nein. Oh, ich bin im Stand, verdammt. Ich kann nichts machen, Entschuldigung. Ja, ja, mach nichts. Das war mein eigener Fehler, zu kommen. Ja, eigentlich... 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 Ich bin... War schon nicht ganz äh... Mann, ich will greedy sein und reinspringen. Ich muss äh... Ich muss äh... Ich muss äh... Item schon umlegen. Ich muss äh... Ich muss äh... Ich muss äh... Ich muss äh... Ne... Mach ich auch noch mehr. Sollen die alleine machen da. Man kriegt hier eh nichts ab. 18 Assists, weißt du? 18 Assists ist crazy. Ja, ich spiel mit Flo jetzt einfach. Wir können das Team alleine machen. Oder Flo? Ja... Ja... Fick dich, Knar. Ist... Alter... Du bist echt ein Arsch. Dir werd ich nicht mehr helfen. Mann, ich brauch immer noch Gold, äh... Für die Swizzets töten. Bist immer noch der Supporter, also heil nicht. Ich hab mein... Zuerst dann fertig gebaut und instant noch vorgestürmt. Ja, aber wenn ich ein Jungle Camp mache... Ja. Bleib draußen. Hast du gut gemacht, Link. Du lern. Nein! Schade. Da kam noch die Ulti, die geflogen. Ja, schon, denn schon. Der land auch nicht dazu, der Shaco, oder? Nö. Nope. Ey. Ich würd einfach nächstes Mal Rengar spielen und ich... Einfach alles von nicht. Wenn du Rengar weder auf der Toplane noch in den Jungle spielen kannst, dann... Ich geh einfach Toplane, ich log einfach an. Das juckt mich doch nicht, ey. Ja, nein, machst du nicht. Doch, mach ich. Einfach angreifen. Glaubst... Dann schmeiß ich dich aus meinem Channel. Happy Birthday. Na und interessiert mich nicht. Ich brauche auch... Ich kann auch ohne Communication arbeiten. Einfach den Tower machen, los. Boah, du bist so ein Pro. Ich bin stolz auf dich. Oh, Matt. Boah. So ein Mist dafür. Wie immer mich. Oh. Guck mal, was machst du denn? Der Tower. Boah, komm her. Du hast mal... Warum baut ihr Fist eigentlich auf den Road of Ages ab? Ja. Warum baut ihr Fist... Entschuldigung, hab dir keine gegeben. Oh, aufgegeben. Oh, Mann. Ich weiß gar nicht, warum. Ich auch nicht. 22, 2 Kasadin. Was haben die Drei-Partner-Spieler? War doch so, ne? Drei-Partner, nein, nein, nein. Ja, nein, nein, nein. Die haben's wohl drauf, wa? Die haben's wohl drauf gegen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.